die jenny hat sie alle aggro gemacht da ist ein wolf macht er mir was ich immer gucken sind jetzt ja hast du alle umgebracht aber aggro auf jenny aber jenny hier waren voll viele wölfe wo sind also jetzt alle weg nein ich hab gar nichts gemacht ich hab sie nur gefüttert in einen ich fange mich an anzugreifen ach du kacke ja du brauchst dafür glaube ich so knochen und kein fleisch weil das noch einheit die nur quatsch fleisch halt die nur ich glaube knochen zähmen sie ja die anderen alle hin da waren ganz viele wölfe hier haben ja nicht mal jenny und winnie gefunden noch keine wölfe aber die beiden sind bei dem einen ich habe den einen aggro wolf gekillt von jenny da denen dann voll viele und hätte ich ihn euch mal nie gezeigt hier sind sie vielleicht ins bluster gelaufen weil ich ins bluster gerüchtet bin alter das hat nicht das dach sieht monströs aus vor allem wenn du alle aggro gemacht hast dann sind jetzt alle nicht mehr 10 aber normalerweise sollten die doch nicht alle aggro werden wenn die jenny eingefüttert hat oder wirst du doch mal nicht schlimmsten teils nur einer ich verstehe das sowieso nicht ja du hast sie mit fleisch gefüttert oder nicht ja wie nee das du kannst ihn zähmen mit dingens mit knochen mit fleisch geht das nicht durch die durch das fleisch hast du ihnen nur das leben aufgefüllt weil ich sehe keine mehr aber trotzdem hätte das dann nicht akku werden dürfen eigentlich nicht eigentlich nicht vielleicht gibt es jetzt auch von grund auf aggressive wölfe ja aber die waren ja alle nicht aggressiv ich war ja als ich bei denen dran war waren die alle noch netter und lieb der vielleicht sind die da hochgerannt gerade wo ist denn jetzt der andere den wir vorhin noch gesehen hatten der so knurrig drauf war genau die beiden umgebracht achso ich habe gar nicht ich habe ja nicht vor ihm gerettet ich bin nur angegriffen ne quatsch hier dann muss ich mir noch mal neue suchen und dieser verrate ich euch nicht wurde ich möchte auch einen wolf haben ihr habt ihr habt schon genügend werfe ich hab doch gar kein ich gar nicht ich habe den jenny aber beschützt vergessen wo ich wohne ja jenny ist wieder liebter jetzt muss ich halt überlegen kann ich nicht sprechen wenn man habe ich mein haus zurückkriegen okay hier ist habis haus ist ein hühnchen ein hohen die gucken sowas ne so mag ich es nicht Irgendwas? Ach ja, an meinem Dach wollte ich weitermachen. Was essen? Hm, lass uns mal gucken, was wir haben, findet man im anderen Wald noch Wölfe, so man weiß nicht wie. Ja, wir haben ja auf jeden Fall auf dem Weg hierhin schon mal welche gefunden, vielleicht sind ja mittlerweile noch häufiger oder so. Ja, wie gesagt, die haben das wahrscheinlich sowieso relativ viel besser gemacht mit den Respawn-Zeiten von den ganzen Viechern. Aber es ist jetzt sowieso wichtiger als Wölfe sind jetzt generell erstmal, dass wir mal irgendwie Schleim ranbekommen, weil Leinen werden schon mal ganz nice. Aber wie kommen wir da am besten dran? Hm. Schleim suchen. Die sind so schleimig. Leimig, aber vitaminreich. Wie zuhör, du kommst jetzt von Schleimen auf vitaminreich. Leimig, aber vitaminreich war das Fazit von Timon und Pumba zu Maden. Nein. Ah, ich hab mich gerade ultra doof an meinem Dach, jetzt müssen wir mal runter und müssen mal entspannen. Oh, ich habe zwei Eier gegen die Wand geworfen, aber es ist Kaninchen rausgekommen. Sehr gut. Ich weiß ja, ob ich Eier gegen die Wand habe. Flatsch. Flatschi! Hab ich jetzt? Ja, gut, ich habe noch Erde mit. Hier Zombies. Nice, kann man mit, Jungs. Jungs! Alter, das ist ja wirklich nur ein Schein, Sumpf. Was ist das für eine Kacke? Ja, ne? Du denkst erst, hurra, wir haben einen Sumpf in der Nähe und dann ist er eigentlich gar nicht. Ist das nur so ein Mini-Ding? Ja. Was ist denn, Fabi? Ich wollte gerade die Zombies abhauen und das ist mein Schwerk kaputt gegangen. Ja, das ist ungut. Okay, nehmen wir das Schild mal in die Hand. Ach ja, das, hier ist ja überhaupt kein, also es ist schon, glaube ich, ein Sumpf, aber nicht... Ich bin gerade um ein Haus gelaufen, ja? Und bin mit dem Creeper hinten reingelaufen. Gott, was für ein Schockmoment hier, ey. Wir sind aber auf der Reise nach hier durch relativ viele Sachen durchgelaufen, habe ich das Gefühl. Durch relativ viele Sumpf, oder? Da war doch der eine oder andere. Ich glaube schon, ja. Ein Skelettbogen schützt er bei einem Stall. Den mache ich jetzt in gar aus. Da kann er mich noch so durch die Tür angrenzen. Ich mache mich also dem gerade mal auf den Weg, so durch ein paar Gebiete durch. Gucke mir alles mal so ein winzig kleines bisschen an. Hier ist alles voll mit Pferden. Das ist unglaublich, wie weitläufig das Gebiet oder der Spawnradius der Pferde ist mittlerweile. Ich fand's gut. Abi hat sich gerade so ein bisschen angehört wie die Kuh neben mir. Kann ich fahr? Doch schon? Ich muss hier vier Schrittchen und nicht runtergucken. Wo kam das nochmal vor? Achso, ja, auch beim Esel, ne? Ja. Aber in den Rand. Ich werde ihn benutzen. Kaddi hat die Filme wirklich zu oft geguckt. Naja, sag ich immer wieder. Die Spinnen sind doof, die können hier die Wand hochklappern. Klappern. Klappern! 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 Ich bin da hinten runtergefallen, dann ist sie die Wand hochgeklettert und hat sich von oben auf mich draufgestürzt, das widerliche Ding. Jetzt? Jetzt ist es dann so, iiiiihihi! Lebt sie noch? Nein. Ich hab sie mit der Axt zerhackt. Zerhackset. 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 Ich hab zwei Hexen. Und so. Neben meinem Haus. Neben meinem? Vor Hexen hast du keine Angst. Ich war Hexen. Du kommst direkt rechts neben deinem Haus. Okay. Guck mal, ich steh vor deinem Haus gerade, ich schau da. Ja, im Moment, ich muss mir erst noch neue Steine holen. Hm, guck da hinten, schau. Oh ja. Wollen wir lieber ein Blatt machen? Bleib vergiftet, wenn du die Blatt machst. Okay, meine Regen, komm. In die Linke. In die mannlossige Geräusche. Eeeh. Das sind, glaub ich, die Villager-Geräusche immer noch. Nein, der ist tot. Eine noch nicht. Was ist denn das hier? Achso, lol, Lava. Ah, der muss ja bei deinem Haus sein. Jetzt ist er tot. Obelie, 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 obelie. Der hab ich wieder so schrecklich vergiftet. Ja, ja, meine auch. Gut, dass man daran nicht ganz sterben kann. Ja. Mein Vergiften ist jetzt schon zu Ende. Dafür hab ich jetzt giftiges Fleisch gegessen. Sehr gut. Ja, solange ich hier noch ewig viel verrottetes Fleisch habe, nutze ich das erstmal da, um mich bis zu einem gewissen Punkt zu heilen. Ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich glaub, ich hab einen Sumpf gefunden. Jo. Und das hier ist jetzt endlich mal ein Sumpf-Sumpf. Aber ich hab keine Ahnung. Ach, so groß ist der auch nicht. Wir sind irgendwie anscheinend in einem für Schleim äußerst ungünstigen Gewicht. Ich rück mich hier auf jeden Fall mal ein bisschen genauer um. Ah, der hat zutat viele Fenster in ihrem Haus. Ja, ich musste auch Willi beobachten, wenn der wieder Creeper vor der Hausknie-Luft sprengt. Pst! Das war bisher noch nicht der Fall. Nein, nur nicht. Ich hab grad was Grünes gefunden und es hüpft. Ein Schleim. Ein Creeper. Ja. Ja. Guck mal, wie haben wir uns für Apple? Er hat ziemlich besser verdient, dass Creeper sein Haus hoch sprengt. Es war nicht mein Haus, ja? Das möchte ich nur ganz kurz erwähnen. Okay. Ich hab's also überhaupt keine Ahnung, wie lange wir das eigentlich aufgenommen haben. Aber ich glaube, wir dürften so langsam in einer Zeit fahren. Noch ein bisschen weniger als eine Stunde. Okay. Noch sieben Minuten, aber die Stunde voll. Ich würde sicher gewünscht, dass wir die Folgen so ein bisschen länger machen. So ungefähr auf so 20 Minuten. Das heißt, wenn wir jetzt noch die sieben Minuten voll machen, dann haben wir die Freitagsfolge, die Samstagsfolge und die Sonntagsfolge. Das ist ja erschrecklich. Und wenn ihr das jetzt gerade hört, was ich hier sage, dann haben wir schon Sonntag. Das ist ja voll krass. Das ist ja voll die coole Erkenntnis. Da wie Sonntag-Seption. Ja. Oh, ich brauch hier eine Uhr hin. Ach nee, die Uhr wollte ich hier schon an meinen Heuturm hängen. Nein, ich hab vergessen. Ich wollte den Online. Ja, ich muss ja... Aber das hier wird auf jeden Fall so der Außen-Party-Bereich. So ein bisschen, weil das wird... Wenn ihr euch wundert, warum der Außenbereich innen ist, dann bekommt ihr eine Terrasse. Spawnen die Slimes nur am Tag? Nein. Eigentlich nicht. Ja, dann ist das hier auch Scheiße. Scheiße? Scheiße, ja. Nein. Das habe ich jetzt nicht so gemeint, aber... Okay, Conny. Alles klar. Gut. Ja. So, das Dach ist ja das Nächste, was dann ansteht. Alles prima. So, jetzt muss ich mal gerade gucken. Soll ich den Burgturm-Turm-Mich machen, den Heuturm, oder soll ich den eher so Kirchturm-Turm-Mich machen? Kirchturm-Turm-Mich, hört sich ganz gut an. Die fünfeckige Sonne geht auch. Bam, bam, bam. Aber wie kann die Sonne fünfeckig sein? Bei mir ist die Sonne tatsächlich rund. Echt, bei mir ist sie fünfeckig. An Willi auch. Ja. Vier-eckig. Mein Gott. Wir liegen in den parallelen Ecken. Äh, nee. Selten. Warte. So. Nein. Warum brennt das zu mir nicht? Doch. Oh. Ich liebe es einfach. Nein. Doch. Ich bin, ich glaube, 22. Ich habe ein Wüsten-Dorf gefunden. Komm mal, da eventuell so ein bisschen, eventuell so ein bisschen traden mit irgendwas, was ich dabei habe. Das wäre schon episch. Oder vielleicht, ja genau. Vielleicht finde ich ja hier Moorüben. Ja, komm mal, die Moorüben. Ich habe da Anmacht. Chi-Kang-Mark. Ja, ja, ja. Ähm. Ich versuche, dich zu verständigen. Das erste Mal, sie hatten ja auch mal das Gefühl. Ja. Alter, die haben hier ja rein gar nichts. Chi-Kang-Mark. Oh, aber Hauptsache zweimal Iron Boots, einmal Sattel, Apfel und Brot. Oh, 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 oh. Oh, Willi. Das überlege ich mir vorher ganz genau. Willi. Ah, Willi. Bitte, 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 bitte. Ich bin auch ab jetzt ein ganz liebes Kadilein. Oh, es ist so gelogen. Das war so süß, da kann man doch schon fast gar nicht mehr Nein sagen, oder? Ich kann das. Oh, Willi-Lein. Das finde ich jetzt gemeint. Was? Okay, Kadhi, du sagst mir jetzt erst mal die Koordinaten von zu Hause und dann überlege ich es mir. Okay, okay. Erpress ihn. Ich sag dir aber nur, nein. X, hast du was zu beschreiben? Äh, warte. Warte. Warte, ja. Okay, okay. X ist minus 2623. Ach, ja. Die erste Penster sind jetzt in... Komma 983. Ja, sag einfach Y und Z. Y ist 68. Ja. Und Z ist 260. Da kommst du genau auf der Mauer meines kirchturmigen Turms raus. Ach so, deswegen hast du mir direkt deinen Standpunkt gegeben, ne? Ja. Okay, dann müssen wir natürlich jetzt hier mal noch ein bisschen gucken. Eigentlich nur, weil ich hier gerade stehe und baue, aber... Hier kommst du irgendwo in der Lava raus, wie ich die Kadhi kenne. Nein. Da wäre ja der Sattel im Eimer. Lol, was ist denn hier los? Ich bin in der Lava. Ist hier irgendwer verreckt? Ich glaube, ich habe Kadis altes Gier gefunden. Was? Hier ist halt... Hä? Ist echt so? Hä? Bin nicht alles voll? Zuckerrohr? Braucht ich mal Zuckerrohr? Ja, ja. Zuckerrohr und Kürbisse müssten da sein. 14 Stück. Jede Menge Steine. Ich kann nur ein bisschen was mitnehmen. Kürbisse kann ich mitnehmen. Bring die Kürbisse mit. Bring die Sachen mit, die wir hier noch nicht haben. Oh Mann. Steine haben wir. Die Setzt nehmen wir auch. Aber auch soweit sein, dass wir dann durch sind. Ja. Ich finde, die hier hängt. Ja. Da. Und dann würde ich mich nämlich verabschieden für diese Session. Also falls ihr euch wundert, warum wir dann dazwischen mal keine An- und Abmutt gemacht haben. Das liegt einfach daran. Dass wir jetzt vor Frank haben. Dass wir ein Stück aufgenommen haben. Ganz genau. Dass wir abgehoben sind. Damit sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut. Tschüss. Au, schau. Das Haus ist bis auf wenige Blöcke fertiggestellt. Und jetzt geht's erstmal auf die Suche nach einem Sumpf. Mal sehen, ob wir den finden. Und Kadi eventuell auch noch ihren Sattel bringen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über einen Kommentar und eine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zusehen. Und bis dann. Bis dann.